Jetzt Spann Das machen wir für dich Und für das ganze Land Nimm die Seife in die Hand und dreh den Wasserhahn auf Denn in diesen Zeiten ist Hygiene das, was man braucht In der Situation hilft nur Desinfektion Nur so schützt du deine Oma und die ganze Nation Lass die Seife schäumen in den Handflächen Damit wir uns später dann nicht anstecken Und vergiss auch bitte nicht die Hand drücken Reib die Zwischenräume, bis sie blank wirken Ah yeah, wichtig ist das Fingerspitzengefühl Saubere Finger, ein Spitzengefühl Macht das Beste draus, einfach ne Pause gönnen Damit wir alle schon bald wieder nach draußen können